Eben auf die Uhr. Jo, es ist 15.10 Uhr, Freunde. Was sagt man dazu? Die Bestrafung werdet ihr gleich sehen. Also, sechs, beziehungsweise drei von sechs Flaschen war über. Ich habe den Chinese leider nicht geschafft. Macht aber nichts. Ich nehme das so wie ein Mann und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich zeige euch gleich den Eim ab. Also, Freunde, bis gleich. So, Freunde, ihr seht's. Es ist alles vorbereitet. Eiswürfel ist drin. Boah, arschkalt. Also, jo, dann let's start the beginning. Meine Bestrafung. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich halte ihn jetzt. So. Achtung, Freunde. Guck gut hin. Guck gut hin. Es geht los. Es geht los. Alter, Alter, Alter. Shit. Oh, schmerzend. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Alter. Yo. Ihr seht's. Ich nehme's mit.